Auch mit schwerem Gerät war die Ursache für den Ölfilm, der am Donnerstag auf dem Steinhauer tief entdeckt worden war, nicht auf den Grund zu kommen. Ein Kettenbagger grub am Freitagmorgen an der Austrittstelle in Driefel ein großes 3 Meter tiefes Loch, ohne jedoch etwas zu finden. Die Vermutung, dass das ausgetretene Altöl aus einem verrosteten Kanister oder Tank ausgelaufen sein könnte, bestätigte sich damit vorerst nicht. Ein über 5 Kilometer langer Ölfilm, der erst vor dem Schöpfwerk Hiddels bei Elenser Damasil von der Freiwilligen Feuerwehr Bockhorn mittels einer Saugsperre gestoppt werden konnte, hatte am Donnerstag die Behörden alarmiert. Bis 22 Uhr waren die Kameraden am Schöpfwerk im Einsatz und sicherten die Stelle ab. Die Zetteler Feuerwehr kontrollierte in der Nacht zudem noch einmal die Austrittstelle in Driefel, konnte aber keine weitere Verschmutzung feststellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017